hey leute schön dass ihr wieder da seid wieder eine neue folge happy wheels wieder eine neue folge puren versagens und wie ihr seht müssen wir nicht mal die demo spielen also die seite scheint mal wieder zu funktionieren aber ich habe auch kein bock ist großartig diese vor gefertigten level oder was auch immer das ist da zu spielen ich will über diese selbstgemachten von den ganzen leuten haben und nächste folge werden wir dann auch mal ein paar von euren werken begutachten ja also das darf ja nicht ausbleiben deswegen habe ich euch ja darum gebeten aber wir werden jetzt erstmal ach so das ist alles heute gekommen kann ich jetzt wieder reden nach rating ah ich kann auch rating okay epic escape the box okay escape the box before you die okay crazy shit wir probieren das mal aus get out of the box before the cannon kills you okay das scheint aber ja loslassen haben wir geil wir sind es kate okay exit to menu classic ball throw by g y j 1 2 3 oh yeah oh okay wir müssen hier bälle werfen was so ich muss die nehmen okay hoch okay ah oh nein oh scheiße wenn sie wenn ich dafür bestraft dass ich voll weit geworfen habe ach oh more balls oh yeah ah even more balls ja her damit ne oh okay hier ist am text hier ist am text random fruit oh mein gott ah ja ja even more balls used okay used also steht dann auch mal used oh fuck ah ja oh yeah oh yeah the crusher the crusher hatten wir aber schon oder hatten wir ja hatten wir schon world's hardest g okay das hatten wir auch schon adventure time die kurs ob das kenne ich noch nicht okay ich muss vorsichtig sein weil sonst werde ich von den die rost kurs USD получ� mal sagen das war voll einfach oh 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 god ah 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 scheiße wand an her ok oh god ich habe die beine gebrochen nein nein ich brauche meine beine nicht nein ja oh meine beine ja das sieht gut aus ja 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 boah willst du mich jetzt verarschen ok browse levels by news by rating ok so bot run extreme was ist das denn ok zombie identifier ok wieder ein problem alles klar ich glaube das liegt schon daran dass das ist einfach es ist einfach scheiße es regt mich auf das space heart donation das funktioniert auch nicht ok ich muss glaube ich mal eben kurz aktualisieren hier internal error ok ich werde das wahrscheinlich mal eben kurz was ist denn das für eine scheiße wo jetzt funktioniert die wechsel schon wieder nicht mehr oder was alter das kann doch nicht euer ernst sein zukunft auf diese website wurde verweigert ok da müssen wir es machen dann mal entweder mache ich jetzt gleich einen ganzen cut oder so da müssen wir es halt auf einer anderen seite weiterspielen das ist das ist doch scheiße ist das doch okay jetzt müssen wir wieder diese anderen levels zocken boah kotzt mich das an alter ist das einfach play demok das hatten wir schon Snow Don of the dead A large satan eats you ok minister ah ah hehehe what the fuck ist das für ein behindertes level fuck trap track ok dann machen wir das jetzt so wir müssen auf jeden fall ich lass mich hier davon nicht unterkriegen ok oh god trap track mit meinem sag wait man hehehe alter wieso sterbe ich ja down in diesem scheißspiel das ist ja der wahnsinn oh ok ich muss jetzt aufpassen so so ja boah ok NEIN K oh scheiße ist das behindert na komm okay auf den darf ich nicht drauf sonst fallen diese spikes darunter ja oh nein okay glück gehabt das funktioniert ja prima da vorne ist das ziel ja vorsichtig jetzt ja okay 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 nächstes nein nein jetzt okay ich habe meinen fuß verloren scheiß drauf ist wo auch wenn ich noch keine füße wir haben zwei komische räder unter den füßen ja das ist hier voll einfach ja okay deshalb müssen wir aufpassen so alter nein 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 das ist doch scheiße oh gott okay ich meine das ist ja noch verdammte scheiße okay jetzt machen wir das diesmal machen wir das na komm schon ich darf nicht springen ich darf nicht springen sonst land ich da oben ja so ist gut so ist gut jawohl beam me up scotty boah auf jeden fall jetzt aber jetzt oh oh ich habe meinen helm verloren oh mein gott ohne meinen helm werde ich es nicht schaffen oh mein gott sie werden mich zerquetschen nur meine oh 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 god geil oh oh last try last try das gilt nicht ich will zumindest da oben durch ja und lacht gefälligst nicht so schäbig ja nur weil ich einfach sagen bin Also der Segway-Typ ist echt ziemlich schwer zu meistern hier. Nein, nicht wieder runter. Okay, jetzt mache ich das. Fuck. Jetzt. Nein. Jetzt. Oh Gott, was macht der da? Was macht der denn? Okay, nochmal neu. Block. Okay, das ist aber wirklich jetzt der letzte Versuch. Na komm. Ich will nicht vorwärts fahren, ich will rückwärts fahren. Okay, last try. Wirklich, jetzt aber das letzte Mal. Das kann doch nicht. Alter. Alter, was zum Teufel? Oh, Hardy, wieso schickst du mich eigentlich immer da unten? Ich will nicht so oft sterben. Das tut mir vollkommen leid, aber... Ich bin auch kein Pro in diesem Spiel und deswegen wirst du ein bisschen... Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich sterbe immer! Alter! Wieso verschiebt sich das Bild immer? Well, das war's schon. It keeps happening. Play now. Lol. Okay. Oh, oh, yeah. Oh Gott, yeah. Oh. Was zum Teufel ist das denn für eine beschissene Map? Ich fahre eine Treppe... Oh. Wieso? Ich fahre eine Treppe runter. Was zum... Oh Gott, meine Beine! Oh. Oh Gott. Ah. Ich habe meine Beine... Oh. Fuck. Kann ich das noch schaffen? Ja? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und? Nein! Oh Mann! Ich will aber einen anderen Typen haben. Fuck, jetzt habe ich den schon wieder ausgewählt. So. Okay, so, oh Mann. Wir machen das. Wir werden das schaffen. Es sind nur ein paar Stufen. Aber es sind die Stufen zum Glück. Wir müssen sie nur herunterfahren. Oh Gott. Oh nein, Papi! Oh. Okay. Oh. Fuck. Hui. Diesmal machst du das. Oh Gott, nein! So eine Maske! Oh. Shit. Oh, meine Arme! Ah! Ich würde es dieser kleine Teil von mir schaffen. Nein. Okay. Oh Gott! Aua! Ah! Loll! Okay. So ist mein Sohnemann. Okay. Da ist zumindest noch ein Teil von ihm. Okay. Oh Gott! Was zum Teufel! Okay. Jetzt aber. Letzter Versuch. Letzter Versuch! Nein! Sohnemann! Voll nicht ohne mich! Dammit! Oh, ich fahre noch! Könnte ich es schaffen? Könnte ich es schaffen? Wieso schaffe ich das nicht? Okay, letzter Versuch. Okay. Daddy, bitte verlass mich nicht! Ich habe dich schon verlassen. Es tut mir leid. Oh Gott! Einen Versuch noch. Einen Versuch noch. Diesmal machen wir das. Ja! Das sieht gut aus. Oh, nein! Ja! 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 Nur ein Arm verloren! Wir machen das! Diesmal machen wir das! Oh Gott! Strampele um dein Leben! Backspin! Nein! Fast! Okay! Vielen Dank fürs Zuschauen! Schauen wir uns jetzt wieder ein! Wenn das wieder heißt... Happy Reads! Hadi! Ja! 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 Der Hadi einfach keines! Keines! Der Hadi einfach keines! Keines! Der Hadi einfach keines! 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 Haha!